Herzlich Willkommen zu euch die Leute zum neuen Part von Let's Play Super Mario 3 The World. Wir haben im letzten Part bereits die Welt 244 und 4.3 gemacht und es haben jetzt wieder an neuen Automaten entdeckt und weil wir alle Casino so mögen. Das ist ja bei welchem letzten auch bald legal wird Online Casino zu machen. Damit wir jetzt vielleicht auch hier so ein Casino socken und mal schauen was daraus kommt. Ich hab mal sowas nie wirklich Slug. Aber vielleicht hätte ich es mal. Immer zweimal dreimal das ganze. Besser als nix. Ich werde besser und drei mal abbekommen. So läuft es doch. Das ist doch schon mal wild. Klar es ist schon nicht ganz gut aber es ist mal deutlich besser wie das letzte Mal. So. Ich versuche doch bloß was in der Wildzweck diese eigene Rache hier. Nein. Nein da wollte ich nicht rein. Oh nee. So ist ne Karte. Ich wollte da nissen. Ich wollte hier rein. das kleine Rache ins nix. Das ist das aus wild. Ich weiß ja nicht ob du alles da nie noch dran erinnerst oder nichts mehr. So. Was geht heute an? Das ist die Förste. Oh. Machen wir erst dieses hier. Das ist nämlich wild. Weil das ist tatsächlich anders wild. Dieses Welt 4 Box Level. Aber da muss man einfach nur glaube ich Sachen töten. Ich dachte hier gab es irgendwo Items. Oh nee das war das davor. Das war noch wild. Einfach wild. Alter gibt es hier viele Sterne. Leck mich fett. Okay das war die richtige Karton von mir. Ja runterfallen geht auch fett. Alter gibt es hier viele Sterne. So. Leck mich fett. Ja muss man zwar die alten auch machen. Das ist richtig unerdecken einfach. Kurz vorm Ziel dann irgendwo noch verreckt dann. Also weiter hinteren. Drüber springen. Ja. 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 Nein. Ja nein. Ja. Ah naja. Ja. Ja. ist nix. Oh, scheiße. Nein! Och, come on! War so gut. Eine ganz andere Scheiße, mich da nochmal machen. Sagt ja sowas, es ist halt unnötig. Ich kenn das. Muss das denn sein? Ach, der ist ja unnötig. Glück gehabt. Einzige, was eigens wirklich so mies ist, ist dieses hier. Oh dammit. Ich bin mir da voll fit. Was ist er? Gut, da sollte man vielleicht einfach auch, ähm, Summe Stern hier insbringen. Ich will jetzt aber alle holen. Mögen erst so lange dauern. Ja, wie es halt nun mal dauert. Das ist eigentlich so leicht hier, äh, Sternisse hier kommen. Das ist anders wild. Ich will hier auch alles dann haben, aber man wird nachher noch besser hier. Ich fahr einfach noch hart ohne Tick. Wer ist mit unserer Weile einfach auch klein. Ich bin so einigermaßen fit, das hier. Ich werde vielleicht wieder einfach am selben Zeitern. Was? Gibt es doch wohl nix. Weil es so dumme da ist, den Siz Brett noch aufzuschnuppen. Ich glaube, es ist wirklich groß und dann ist es ein bisschen einfach, den zu holen. Ich glaube, es ist nämlich gerade Esten an, wie er jetzt Demenz. Ich glaube, er wird auch so nervig, wie er den ganzen Rest dann auch noch mitmachen muss hier. Er ist so nervig und unnötig vor allem. Er kann einfach so auswendig. Ich dachte, man hat Esten nicht verfickt, um einen nicht treffen lassen. Wir an... Scheiße, wieder hier. Soll ich, Leute. Ich will nur die Sterne holen. Das tut mir leid. Nicht, dass es keine richtigen Gamers ist es mir wert. Ich will nur die Sterne sammeln, ohne irgendein Bier. Es kritisieren zu müssen. Antichot, es kritisiert, ist dieses Ding hier. Out of the side ist machbar. Das ist hier sowieso wieder... Nichts mal, du scheiß Ernst. Das gibt's doch wohl nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Ob das ist, dass Kameras anruft. Scheiße, hierzu werbe aufhängen. Aber ich will dies da in die Nähe bekommen. Egal, du sagst, ich werde es noch 100 weitere Male machen müssen. Scheiße. Was ich nach wie vor ein bisschen fordert, ist dieses hier. Wenn ich erst das hier noch nie runtergefallen bin. Wenn ich mich erst anders meiste. Ich werde es noch mal sehen. Guck, wird mir sowas wieder sowas von triggern. Oh, die Tatsache, dass ich hier jetzt den letzten vergeudelt hab, aber... Es ist in Ordnung. Wir wissen, wo es doch ein Befehl von Fallerfälle ist, wir lassen das alles noch so ein 4000. Mal machen. Läuft. Nein, ich will da nicht rein, verdammt normal. Boah. Nee, jetzt werde ich da angepisst hier. Meine Fresse, danke. Okay. Eigentlich nur so Röhre und Back Home. To where I belong. Wo ist es, die es würde machen? 4-5, let's go. Was heißt schönes Level, dieses UF-Level. Oh ja, es ist ein ganz, ganz schönes UF-Level. Aber alles mit der Side, dann werdet ihr es schon sehen, was ich meine. So. 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 Yay. Der erste Stare gefangen. Perfekt. So, let's go rein hier. Boah, aber das war mich gerade so abgefuckt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das Spiel wird noch lustig im Laufe der Side. Das sagt, ich soll es. Ah. Oh nein. Auch allein diese ganze Scheiße hier schon wieder. Ich habe so eine Field-Sit, der auf einen losgeht. Ich weiß, dass später noch viel mehr werden. Aber trotzdem, muss doch nicht sein, sowas, ey. Ich weiß, ich muss aber nicht sein. Ich muss eigentlich mal einen Katzenpitz. Du Mensch, mein Mann. Glück gehabt. Das ist ja wieder ein Scheiß. Das war aber auch ein unnötiger Betrug. So, die werden bestimmt nicht ohne Grund bekommen. Haben diese... Äh. Oh, was sagt mir, dass hier oben irgendwas ist? Nein, nicht, dass ich wieder runter springen. Aber was sagt mir, ganz verdästigt das irgendwo. Wo ist das doch? Bei den Wählern heute, man sieht den Tritt, ist der einfach auch so ein... Hier hinten. Da, hab den gesehen. Hier ein Plattform ist der. Irgendwie auch schnicken. Jetzt weiß er noch nicht, wie. Doch, jetzt weiß ich aber eigentlich nicht, wie. Weil, das habe ich. Scheiße, das war so unnötiger. Ich gehe hier lieber auf nochmal, was ich sage. Aber nicht einfach aus, ähm... Ja. Dummheit ist doch kurz vor dem Ende einfach verrecken. Weil sowas ist unnötig. Puh. Haben wir doch diese Sünde, der wird auch gesapft. Ey. Halleluja. Das war auch wieder. Uff, 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 uff. Wild. Wir haben uns dann zum Boss-Level von der vierten Welt gelangt. Und das werden wir im nächsten Part machen. Ich hoffe, es hat der Part gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao.